und da sind wir wieder bei einer weiteren runde feierndem echos hier mit mir sefi und wir betreffen die vorbereitung um uns hier aufs schloss zu stürzen so schauen wir uns mal was wir für nette recken dazu bekommen haben wir einen python dazu bekommen einen bogenschützen und wir einen soldaten namens vorsal und natürlich gleich den kavalieren so haben wir etwas was ich euch geben kann jenemals und du kannst auch ein bisschen was anders streitet sich darum so ansonsten würde ich sagen wir speichern und stürzten uns dann freut karako dahin befreiung von schloss sophia mit i wonder who built this throne it is marvelously comfortable Warum lasse ich es auf diese Incompetenten Fülle für so lange? Soon, das Regellian-Empire wird die Regellian-Valentia beendet. Und dann werde ich von diesem Tron als König der Zofia gewinnen. Aber zuerst muss ich die Worms in der Rebel-Armee. Und Worms sie sind. Sie spüren die Blastungen in den Mocken, aber noch mehr nehmen ihre Platz. Und jetzt, dass sie auf den Kasteln schreien? Sie werden für diese Insel in Blüte bezahlen. Ich muss wissen, was oder wer ihnen diesen zweiten Wind gegeben haben. Entschuldigung, Herr Kanzler. Wir haben einen Regellian in der Bäume. Es ist... Es ist Fernand, Herr. Was? Aber Fernand ist Clive's right-hand man. Warum würde er in der Bäume gehen, ohne eine Entschuldigung? Mach, Prisoner! Entschuldigung! Ich habe mich von diesen Rebel-Armee verletzt. Was? Was ist das? Ich glaube, dass du deine Worms in der Bäume verlassen hast? Worms in der Bäume? Er hat den Buben einen Figur-Head gemacht, nur um einen Decrepit-Heroen zu verletzieren. Ich sage, sie alle! Da! Du hast meine Geschichte. Jetzt tönt mich, und bleibst mit dem. Aber das macht nicht Sinn. Meissen hat keinen. Ah. Jetzt sehe ich das für was es ist. Rudolf, du schrecklich Schmerz. Huh? Silenz! Wenn ich dich an, wirst du wissen. Ich habe entschieden, dein Geist, Fernand. Mögen dich wäre... Wastendlich. Komm mit mir. Ich werde dich an deinem neuen Master. Ein Master mehr befittender von deinen Idealen. New Master? Wartier! Wartier! Wartier dich an! Untertitelung des ZDF, 2020 Zofia Castle, wir sind endlich hier. Dankeschön, Alm. Du solltest deine Hände hoch, als du uns auf diesen tollen Tag. Es wird ein tolles Tag, nicht wahr? Fellow Soldaten, fight mit mir! Heute, Zofia's people reclaim her Castle and her Pride! So, this is the so-called Deliverance. What a disheveled herd of clawhoppers. I couldn't agree more. Find a comfortable seat, Lord Bercut. The Empire's finest general need not trouble himself with such rabble. You may watch from on high, as my finest troops cut them down like wheat. I may just take you up on that offer. Shall we, Renea? I have no desire to see such bloodshed. War is horrible, and I will make no spectacle of it. I jest, my dear. Forgive me. I must take my leave. Yes, of course. The trust that Draco's shield I lent will add to your already considerable strength. It is a fine gift, my lord. You honor me. You, knight Fernand, was it? Yes, my lord. You said the name of the Deliverance's new leader is Alm, correct? And that he is of common birth? There is no mistake in this. None, my lord. Clive and the other fools believe he is Mison's grandson. What nonsense. One is born either noble or common. This destiny cannot be changed. Has a sheep any hope of leading wolves? No. Yes, yes, exactly. Truer words were never spoken, Lord Bercut. Still, I am surprised at Sir Clive. Tales of his exploits have spread as far as we go. How could so celebrated a leader make so amateur a mistake? The Deliverance has no future now. All of Zophia will soon belong to the Empire. Renea. Yes, Lord Bercut? I have a promise to make you, my dear. I will succeed as majesty, Rudolph, and become the next emperor. I shall rule over the Valentian continent as I was meant to. And you shall be my empress. Does this please you? So, da bin ich jetzt mal gespannt. Gegen was geht's denn hier? Gegen jede Menge Soldaten. Hier, irgendeiner was Interessantes außer die zwei. Ui, sieht aber sehr gefährlich aus. Ach, er wieder. Hallöchen, lange nicht gesehen. Wie geht's denn so? Oh, ein Garakusheld. Alles klar. Ah, vielen Dank. Ich wünschte, wir hatten einen Panzerbrecher oder so. Naja, also wenn, dann sollten wir ihn auf jeden Fall magisch angraten. Wobei, wir bräuchten echt viel Magie, um das zu überwinden. Tja, also unser Magier schafft das, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, das überlegen wir uns, wenn es soweit gekommen ist. Ich würde sagen, wir fangen einfach... Ich speichere mal kurz. Ich speichere mal kurz so. Und dann fangen wir an. Wähle an Toren, Pforten und ähnlichen durch gegen die Option Tür aus. Du kannst sie allerdings so von der Rückseite aus öffnen. Das heißt, wir müssen hier lang gehen. Gibt es hier Stahlbögen? Nur mal so. Sieht nicht so aus. Wir bleiben aber trotzdem vorsichtig. Wir gehen mit dem am besten. Naja, wir müssen hier mehr oder weniger lang gehen. Ich meine, wir können zwar hier einmal kurz rumgehen und die anderen reinkommen, aber ich glaube, es ist dann doch besser, hier lang zu gehen. Wo kommt dieses Minus her, Junge? Gefällt mir nicht. Es geht voran. Langsam. Ganz langsam. Guckt mal, weil ich so nett bin. Okay, ich bin nicht nett. Ihr dürft euch doch nicht einmal aussuchen, wenn ihr angreifen wollt. Oder ihr greift Tobin an oder ihr greift Tobin an. Also von daher, ich habe die freie Auswahl zwischen zwei Leuten. Au, voll ins Gesicht. Das hat bestimmt jetzt nicht gerade wenig weh. Au, voll ins Gesicht. Ach, du brauchst drei, um da Hand zu kommen. Alles klar. Au, voll ins Knie. Damit wir da hochfliegen. Oh, das geht sogar. Ich will stellen uns mal hier hin und dann fliegen wir dann in der nächsten Runde einfach ganz gechillt hoch. Wir können uns ja hier einfach auf die Mauer setzen. Ouchi. Na, da hat der guteIST ض開心 sein Helm verloren. So, dann kriegen wir unsere beiden Pegasus Ritterinnen da mal hoch und bereiten ein bisschen Achtung Schrecken! Treffen ist und bleibt in der Kunst! Vielleicht kriegt Tobin den ja noch hin! Geh doch! Du wärst bestimmt ein guter Mimidone! Da bin ich mir schon fast sicher! So, dann machen wir den Unterträses kaputt! Alter, was ist denn hier los? Wann treffen wir alle nicht mehr? Das ist doch nicht nochmal! Was ist denn bitte nochmal? Ui, jetzt gehen wir endlich kaputt! So! Vielleicht fass es nicht, dass ich mich hier die ganze Zeit mit so einem kleinen Bogenschützen rumärgere! So! Stirbverdammt! Boah, ich mach das nicht so ähnlich anders! Äh, du gehst dich jetzt erst mal heilen lassen. So. Was bist du für ein witziger Recke? Einer, der am besten da stehen bleibt. So, ich hoffe, der Bogenschütze greift jetzt an. Sehr schön. So, man kann sich allen eben umkümmern. Oder auch nicht. Ach. Ist das ärgerlich. Au. Alter, jetzt stirbt endlich. Das ist doch nicht nochmal. Ich meine, normal. Oh Gott. Nächste Runde bist du torverdammt. Oder auch nicht. So, und was bist du jetzt für ein edler Genosse? Wie weit kommt denn die Kabel nachricht? Ich will nicht von der überrascht werden, wenn ich mich ja mit denen hier auch abgebe. Hi. 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 Ist ja irgendwie heute, ist ja heute irgendwie Anti-Treff-Tag oder so. Ein Angriff gefolgt von einer Ausrechte-Bewegung. Oh, das ist gut. So. Geht doch. Geht doch. Da mache ich hier eben zu. Allem hält ich einiges aus. Hoffe ich auch. So. Oh. Hm. So kann der Rest hier nicht mal vorrücken. Nothing will stoppen me. Schön, dass unsere Heilerin mit Abstand hinten ist. Ich glaube, da hat der auch mal vor Schräg sein Held verloren. So. Reicht das? Natürlich nicht. So. Dann kann ich die Tor schwächen. So. Du kannst den Vorschwächen. Na schade, sie kommt ja nicht dran. Aber sie kommt dran. Und es reicht sogar für ein Lala. Wow. So. 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 Der Rest rückt mal weiter vor. Ich kann das tun. So. Dann ist sie auch weg. Na ja. Da wäre das Level ab besser. Oh, schön ausgewichen. Ich würde mich sehr drüber freuen. Also bis zum nächsten Mal. Und bis dann sage ich tschaui. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.